vor allem die uhr geht hier switcht hier so schnell warte mal warte wie ich in die uhr richtig so glaube guck mal jetzt wenn es wenn die die wenn die lange zeit dunkel ist guck mal da ist so zur hälfte das nur so ein viertel guck jetzt was machen warte was was ist denn das dann noch mal das ist das war machst du ist jetzt kaputt warte das ist das und das ist das okay das ist das halt das ist das janis fliegt erstmal raus ja ja ich guck mal kurz ob etwas falsch ich mach mal drück mal einen knopf irgendein denn 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 ok drück mal den ganz links ja warte oh gott ich bin runter gefallen schießt stelle ich mal kurz da oben hin drt der hat komische Zeiten eingegeben dann geht auch darunter ein signal ja nicht immer kurz da in den raum rein ne war der ist egal ich habe ja Prozent ich blickte es nicht ich glaube der hat da irgendwie was falsch hä durch das das soll so sein was da passiert nichts anderes wie der sagte kein code vielleicht ist 346 der code warum wenn da kommt er roh not time parameter setzt warte ich bin ja creative geh mal du rein bitte ganz ehrlich weiß was ich nämlich auch glaube guck mal hier sind doch überall ich drüber so ein monster ding ja dass das irgendwas damit zu tun hat weil hier spawnt ja hier spawnt tnt und das fehlt ja alles ja ich habe die obere schicht von dem obsidian dings schon weg gemacht nee ich meine ja wo wo spawnt denn das das spawnt soll der eigentlich wahrscheinlich rein spawnt oder das spawnt gar nicht mach dir mal drück du mal ein knopf ich ich guck mal kurz was time ok 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 sei euro checking dennis komm mal her bitte was ich das für ein scheiß und jetzt drückt du mal den oder drückt du mal die knöpfe der stadt linke welches das ja mama okay dann mach mal den ich mache mal den zweiten von links ja da passiert nichts anderes den ganz rechts okay und den zweiten von rechts und jetzt gucken wir was bei dem in der mitte passiert ja nichts da passiert nichts und das sagt uns einfach nichts das ist nicht befugten code zu sagen ja okay aber was soll ich der code 346 no time parameter set ja klar wo ist denn hier unsere unsere lobby das hier oder ach du scheiß immer die tür 7 ist ja wo ist der check-in scheiß hier hier das ding wo wir das immer reinmachen hier kann ich einfach mal ein loch machen hier guck da kommen die ganzen trichter das ist ja gerade nicht ohne weil ich stets hier hin und es bringt mir eigentlich auch nix aber ja ehrlich gesagt was sollen wir hier rausbekommen da explodiert schon wieder ein tnt ich sag dir mal schön den code weißt du denn ja steht hier das ist ein witz was 78032 wie will man da bitte schön drauf kommen ja ja eben wie soll man da drauf kommen warte wie ist der code warte warte ich geh runter 78032 78032 78032 78032 78032 78032 und wie kommt man bitteschön da drauf das ist ja POLYD KKA denn das tippe KOMME das tippe man kann ja das tippe ja das tippe ich bin ja das tippe ja das tippe irgendwie habe ich den grad vergessen was steht er beim nächsten changed warte warte da ging was auf da ging gerade was auf hier was da geht was auf jemand zurück warte geht immer raus ich will ja mal sehen jetzt warte der answer ist der was ich kann nicht lesen well do have been before ach so die antwort ist da wo wir davor war okay und jetzt findest du da was warte mal ich gucke mal schnell ob sich jetzt die die command blöcke sind gleich wie war der code davor 78 032 der answer ist du musst hier stehen glaube hier ja der answer ist der way you have been before was heißt denn disappear heißt er vielleicht 78 563 was meinung das sind die türen davor so boah checking King.